Diese beiden Sets sind die einzigen, welche im August zu den Prequels erschienen sind und wir schauen uns in diesem Video an, wie man diese beiden noch besser macht. Wir starten gleich mit dem 332. Trooper Battle Pack und kommen dann zu Yodas Jedi Starfighter. Fangen wir jetzt aber mit dem 332. Trooper Battle Pack an, bei welchem wir uns als allererstes die Minifiguren anschauen. Bei diesen bekommt Captain Vaughn das lange Gewehr, wie man es auch in der Serie sieht, und dieses hat auch noch den kleinen Aufstecker, welchen Lego hier leider einfach weggespart hat. Außerdem bekommt Vaughn auch noch blaue Arme, welche ihn von den anderen Troopern abheben. Die nächsten beiden Trooper sehen schon ganz gut aus, aber dem letzten fehlt leider das Jetpack. Anstatt diesem würde ich ihm allerdings ein anderes Backpack geben und auch noch das weiße Visier, welches wir beide schon aus dem 501. Specialist Battle Pack kennen. Meiner Meinung nach hätte Lego uns das Jetpack und das Backpack mit im Set geben müssen, sodass man selbst entscheiden kann, welches von beidem man ihm gibt. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Set, welches noch lange nicht perfekt ist. Als erstes ersetzt man natürlich der ästlichen Startshooter hier vorne durch vernünftige Kanonen. Dann fügt man auch noch einen kleinen Bildschirm für die beiden Fahrer hinzu, damit diese die Waffen auch bedienen können. Als letztes muss man auch noch einen Platz für die Blaster und Jetpacks der beiden Trooper finden, was gar nicht mal so einfach ist. Ich habe hierbei die beiden Jetpacks mit einem kleinen Pin hier hinten dran befestigt und die Blaster neben die beiden Sitze gestellt. Alles in allem sieht der Spawnspeeder so auf jeden Fall schon deutlich besser aus. Weiter geht es dann mit dem kleinen Geschütz, welches leider aus einem Startshooter besteht. Dieses habe ich einmal komplett entfernt und ein Vernünftiges hinzugefügt. Bei diesem gibt es dann auch noch die kleine Box, welche man so in den Filmen und Serien sieht und welche die Waffe mit Energie versorgt. Außerdem bedient der etwas spezielle Klo mit einem Backpack das Geschütz, da dieser meiner Meinung nach ziemlich gut dazu passt. Alles in allem hätte Lego diese Verbesserung mühelos selbst machen können und dann wäre ein Preis von 21 Euro meiner Meinung nach auch einigermaßen gerechtfertigt. Trotzdem reichen 20 Euro für ein Battlepack natürlich vollkommen aus. Kommen wir jetzt aber zum zweiten Set und zwar Yodas Jedi Starfighter. Bei diesem starten wir wie eben auch schon mit den Minifiguren, welche leider ein paar zu wenige sind. Als erstes bekommt er zwei aber noch sein drittes Bein, was ihn deutlich besser aussehen lässt. Dann fügen wir auch noch Dark Cities hinzu, hierbei allerdings in seinem roten Outfit, wie wir ihn auch schon in Clone Wars gegen Yoda kämpfen gesehen haben. Bei diesem habe ich einfach der neuen Figur aus dem Gunship einen anderen Kopf, eine Kapuze und einen Mantel gegeben. Dieser ist von innen schwarz, da er die Dunkelleit von Sirius nochmal besonders ausdrücken soll. Alles in allem sind diese Minifiguren einem 35 Euro Set schon deutlich würdiger als nur zwei Stück. Weiter geht es dann mit dem eigentlichen Set, welches gar nicht mal so schlecht ist. Trotzdem gibt es einiges zu verbessern, wie zum Beispiel den Platz von Yodas Lichtschwert. Dieses habe ich im Cockpit des Schiffes gelagert, anstatt hinter R2, da das einfach nur schrecklich aussah. Außerdem fehlen in dem Cockpit auch noch ein paar Tastaturen, welche ich ebenfalls noch hinzugefügt habe. Die Steine hinter R2 habe ich auch noch ein bisschen erhöht, damit R2 nicht zu sehr rausguckt. Insgesamt habe ich bei diesem Set nicht allzu viel verbessert, allerdings sind doch ein paar nützliche Sachen mit dabei. Trotzdem muss ich leider wieder sagen, dass Lego die Verbesserung mühelos selbst hätte vornehmen können, aber einfach viel zu faul war. Außerdem hätte auch bei diesem modifizierten Set einen Preis von 30 Euro gereicht. Alles in allem gefallen mir diese beiden neuen Sets schon ganz gut, mit den Verbesserungen aber nochmal deutlich besser. Am Ende könnt ihr jetzt natürlich noch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, um nicht zu verpassen, wie man die restlichen August- und September-Neuheiten modifizieren kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch verbessern würdet. Bis zum nächsten Mal und Tschüss!